Was ist 100 Abos bestellt? Ich hab hier die 100 Abonnenten erreicht. Ich wollte mich dafür erstmal richtig fett bedanken. Hallo ihr Schnellen, willkommen zu einer neuen Aufnahme. Vorm Master Abos oder besser gesagt zu der ersten. Ich weiß es gerade gar nicht. Und zwar heute hab ich ein kleines Thema und zwar wollte ich mich... Das Thema ist 100 Abos bestellt. Ich hab hier die 100 Abonnenten erreicht. Ich wollte mich dafür erstmal richtig fett bedanken. Für euer Feedback, dass ich ernsthaft die 100 Abonnenten erreicht hab. Rollercoaster. Oh ja, eigentlich mal ein Thema, was ich gut kann. Und zwar ich wollte mich einfach nur dafür mega bedanken, weil ich find's einfach nur heftig, dass 100 Leute mich abonniert haben. Weil ich find's wirklich... Es gibt halt wirklich so Leute, die sagen, ja komm, abonnieren wir mal der Sonic Pro. Er macht irgendwie, ja irgendwie, komische Videos. Aber dazu bringt er uns auch zum Lachen. Und das mag ich halt einfach so. Also das find ich halt cool. Wir halt wirklich einfach meine... Dass halt wirklich 100 Leute meine Videos feiern. Und ich will mich einfach dafür bedanken, weil... Ah ja, ob ein Special kommt, das ist eigentlich eine ganz leichte Antwort. Ja, kommt es. Und was für ein Special? Das wird ganz leichter. Das wird ein Best of sein von meinen Videos. Wer hat das gedacht, von meinen Videos, ne? Ähm, und zwar... Ähm, äh, ich werd mal halt... Wer nicht weiß, was ein Best of ist, ist halt so, dass... Ähm, dass es so ist, dass das die lustigsten Stellen von Videos sind. Ähm, und zwar ist es halt so... Ähm, ich will halt wirklich ein paar... Paar, also ich will auf jeden Fall ein Best of machen und ein Fragen oder eine Antwort Video. Das heißt, ihr könnt mir ja beim Video Fragen stellen, was ich noch raushauen werde. Ich weiß aber nicht wann. Ähm, da werde ich dann auch auf die Fragen eingehen. Und so zum Beispiel, warum hast du YouTube angefangen? Da werde ich nicht einfach so, äh, sagen, ja, weil... Sondern, äh, werde halt wirklich ein bisschen drauf, äh, eingehen. Weil das halt wirklich wichtig ist. Auch mal da... Hä? Ähm, auch mal da drauf zu gehen. Ich... Ich kann einfach grad nix. Jetzt? Nein. Hä? Danke. So. Also ich hätte wirklich drauf gehen und ich schreib die ganze Zeit was falsch. So, Redstone brauch ich. Also wirklich einfach danke, danke, danke. Und ich hoffe, ich wird das Best of gefallen, was ich dann da erzeugen werde. Erzeugen? Sagst du das so? Was ich kreieren werde, sagen wir es mal so. So, man hat ja hier genug Power und dann geht es hier wieder mit Vollspeed drunter. Juuu, du, 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 du. Spaß, ich werde heute auch nicht so wieder, äh, nicht so krass bearbeiten, weil ich wenig, also weil ich ein bisschen wenig Zeit hab. Spaß beiseite. Läufig, so klappt das denn nicht. Ah, jetzt. Mann! Warte, ich will kurz hier ein paar Sachen wegbauen. Wirklich. Ich müsste eigentlich... Haha. Nichts da mit mir, ne? Verarschen kannst du dich selber. Na ja, gut, hier muss auch was hin. Ach, was baue ich denn? Mann! Dann kommt hier wieder diese Powerbahn. Schneller! Ich hasse es, man hat hier so wenig Zeit einfach. Ich wollte eigentlich so einen Sturz, aber weißt du was, das mach ich auch. So, ab hier geht's dann wieder back. Home sweet home, sagt man ja. Und dann fliegt man. Warte mal, ich mach hier noch hin. Sicherheit geht vor, natürlich. Äh, warte mal. Ja, ich kenn das noch so, dass man hier immer so ein bisschen powern, auch so ein bisschen normale. Und dann ist man hier wieder angekommen. Und das kann man nochmal machen. So durchgängig, so. Dann powert man. Nein! Oh, ich depp, ich depp, ich depp, ich depp. So, ich glaub, man muss immer hier so powern. Ja, muss man. Dann geht's bis hier hin. Oh, oh, nur noch eine Minute. Beeilung. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen lame, weil die da, äh, an der Wand steht, aber kann ich auch und nix machen. Schütt, ich kann die nicht powern, dann mach ich die einfach so. Geht's hier hin? Also, die schwebt jetzt einfach in der Luft. Ich weiß, es ist nicht so gut gemacht, aber warte mal, ich muss noch die hier powern, aber ich kann die nicht powern. Wie dumm ist das denn, bitte? Da machen wir ja einfach normale hin. Wenn das so will, äh. Äh, kann ich noch so Holzstämme bauen? Ich glaub nicht. Nein. Also wirklich, äh, best of it.com. Warte mal, ich kann ja noch, wie heißt diese Dinge, Lore? Ich weiß aber nicht, wie die auf Englisch heißen. Wo sind die? Da, Minecraft, die sind die, stimmt ja. Okay. Da haben wir was kreiert, irgendwie. Und ja, dann geht's hier mal lang. Okay. Ice up leading. Also, sowas ist echt hässlich. Wie behindert das ist. OMG. Haha, komm mal, ja, weit. Oh Gott, ey. The best one ever. Wieso explodiert sowas nicht? Das hasse ich einfach. Wenn man irgendwas krasses gebaut hat, explodiert es, ne? Ich, haha. Haha. Ja, das riecht gut. Weil man fliegt dann hier so rein. Aua. Okay. Also, ich hab das hier jetzt angesprochen. Und ja. Ah ja, ihr könnt mir, äh, ein paar Videos vorschlagen. Meins. Nein, du Kackarsch. Äh, das ist auch. Äh, it's okay. Also, doch, 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 gut. Ähm, und zwar. Könnt ihr mir in die Videos schrei- äh, in die Kommentare schreiben, was ihr, äh, ob ihr irgendwelche Videos für mich habt. Obwohl, ne, ne. Geht eigentlich. Ich, ne. Ich geb mehr. Mehr, weil das... It's okay. So. Ähm. Also, ihr könnt mir schreiben, welche Videos, äh, also, wenn ihr lustig, äh, aus Teil, also, aus Videos zu lustige Schenke, könnt ihr mir in die Kommentare, äh, schreiben. Dann suche ich die auch mal. Yay, wuhu. Und ja, das war's eigentlich dann mit dem Thema. Och, mein Eis war bleeding. Wir sind ja nicht mal fertig geworden. Wieso bleib? Okay, egal. Ähm. Oh ja, das ist schön. Oh ja. Hier kann man sich sogar zu dritt hinstellen. Nein! Nicht zurück. Ja. Nein! Da lang. Haha. Ja! Es ist nicht explodiert. Los. They see me rolling. Ja, also. Ja. Oh, das... Das ist gut. Das ist gut, Mann. Sorry dafür. Das könnte ich zum Beispiel ins Bestsoft-Packen. Aber ich überlege es mir halt noch. Und jetzt nicht die Fragen jetzt irgendwie stellen, sondern ich werde dazu ein Video machen, was es, glaube ich, morgen kommt. Weil übermorgen kommt ja ein richtiges Video natürlich. Haha. Haha. Ja, wie lame. Ihr geht's. Meister... Okay, ich gebe mehr. Die sind halt nicht gepowert, deswegen. Okay, ich gebe mir jetzt okay. Guck mal, man kann sich ja hochstecken damit. Nein! Okay. Und ja, das war's eigentlich mit dem Thema. Dann spielen wir mal rasch die Runde zu Ende. Da steht es... Okay, ich gebe mehr, weil da fehlt die Roller-Kerze. Ich gebe mir jetzt okay, ich will jetzt nicht so ein Arschloch sein. Guck mal. De, 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 de. Okay. Ich will jetzt nicht so ein Arschloch sein und alles schlecht bewerten. Also für mich sind... Ja, geht eigentlich. Meins! Ha! Warte, wenn die geht. Ja, ich gebe ein... It's okay. Ich gebe ein... It's okay. Man bewegt sich halt langsam bei mir auch... Ne, bei mir nicht. Wenn man halt vom Anfang an nimmt. Ja, es sind jetzt ein paar Fails, aber... Haha. Man kann da hochgehen. Shit, bin fünfter. Wie hat Bass gewonnen? Egal, Leute. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich habe das leider nicht gewonnen, aber der andere hat es echt gar nicht verdient. Ich lebe hier mal kurz. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr Videos kennt, wo ihr kennt, wo ich ein bisschen lustig bin, was nicht meistens der Fall ist, dann kennt ihr mehr, also dann schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, das ist eine positive Bewertung da. Und wenn ihr mich als Tutor mögt, dann lasst doch ein Abo da. Und ich würde sagen, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Tschüss!